Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute weiter The Walking Dead. Wir haben beim letzten Mal Season 2 abgeschlossen und wir machen jetzt weiter mit Season 3. Auf geht's. Ab ins Spiel, ab ins Spiel. Das hier ist Episode 3. Der lange Weg. Ich würde sagen, wir düsen da jetzt rein. Let's go. Hier ist es nicht gut. Du solltest dich mit uns kommen. Du und Clem. Keine Ahnung, dass du dich mit dir ausstattet. Es sind die Leute, die in meinem Camp rauchten. Halt dich. Du bist Paranoid. Bist du dich! Hast du jemanden aus dem du bist? Oder du bist in diesem Ort? Das stimmt. Ich weiß, du bist. Und ich weiß, du bist ein Bord. Er ist nicht tot. Somebody help mich. Komm schon. Wir wissen, dass dieser Mann nicht wird. Kenny! Was ist das? Ja. Ach ja! Ach ja, da so ist das geendet. Die Spielerei passt sich von den von dir getroffenen Entscheidungen an. Die Handlung kann sich in der Handlung spielen. Ja. Ja. Kann ich richtig schnell lesen. Wenn du die Scheidышi aus 것은 zu целer aus 맞아요. registered DELIGHAr statt. Er Lim sins vorherig. Hinten will für das gestern. Ja! Ja, Mann. Der lange Weg. Äh, mir gefällt das nicht. Oh mein Gott, na mein. Ach gut, das war das Richtige. Ich dachte erst, ich hab mich verklickt. Direkt am Anfang verklickt. Grandios. Wir können uns aufzeigen, wir sollten bleiben, wir sollten gehen. Äh, 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 äh. Das müssen wir doch gehen sollen, ich weiß nicht. Oh oh, das wird uns ein Verhängnis. Und ich da jetzt auch, ja, jetzt geh ich da hoch und dann greift irgendwas nach mir. Das ist so Standard. Wow. Oh. Oh. Looks like she's had it. What now? I'll find another way up. Better gonna move on. They're blocked by all the fallen concrete. Huh. Hmm. There's no safe way through that mess. Ah. Ah. Kenny, come on. Ah, shit. Damn it. I can't reach. Come on, und dann was soll das? Sorry, pal. All right, stay put. Das ging jetzt nisch. Aha, schieben also. Und dahinter ist ein Zombie. Will ich erst mal das, was da dran lehnt, wegpacken? Auch nicht. Hallo. Oder nicht. Hm. Und dieses, hm. Ja, was, was möchtest du denn, hm? Aha. Hm? Da hast du ja mal ein Flugzeug abgestürzt. Oh, oh, da ist was, da ist was. Das hätte ich nicht gesehen, wenn ich jetzt nicht hier vorbeigelaufen wäre. Oh, ich da hin? Hallo, geh nochmal da hin. Touch is on. Da war was. Da, da war irgendwas. Komm ich da nur hin? Warte mal. Musste ich jetzt schnell reagieren? Achso, nee, hier. Ah. Ah. Lilly ist nicht so gut, hm? Ah. Du hast in den Dad niedergeschlagen. Was ist der Plan? Wo kommt dieser Schalter hier? Ah. Ah. Ich hoffe nicht, ich hab, äh, ich hab nicht gefragt. Ich glaube, sie versteht's. Ich glaube, sie versteht's. Ich glaube, sie versteht's. Ich hoffe, so. Ich hoffe, so. Ich glaube, wir hatten viel Wahl. Ich glaube, wir hatten viel Wahl. Genau. Was hat er gesagt? Oh, das war zu laut. Wir sterben. Oh. Was ist denn da, was passiert? Oh, oh. Oh. Oh, ich will dich ja... Die schreit! Die soll auf, wenn du schreien! Die soll auf, wenn du schreit! Äh. Die müssen helfen. Ich kann nicht. Oh, die wird gebissen. Das war bei. Nee, dann nicht. Er hat recht. Er hat recht. Sie verlassen. Ja, aber waren die jetzt noch vom Leid erlöst oder nicht? Ich muss an mich denken. An mich! Die sind noch voll lange am Leben. Oh Gott. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was? Stehe ich jetzt unter Zeitdruck eigentlich? Alles. Boah, da ist ein Riegel. Alles. Ich weiß gar nicht, was ich hier greife. Es sieht alles so komisch aus. Äh, okay. Ah, da ist noch was, glaube ich. Ach, kaka. Hm, hallo? Oh, aber warum sollten die denn jetzt instant hier hinkommen? Wobei die jetzt aufgehört hat zu schreien. Die sind doch voll leise. Und die Zeit läuft, ne? Ah, da unten. Oh, scheiße, 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 scheiße. Da lagen noch voll viele Sachen. Zurück! Zurück! Nee, 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 nee. Ich bin nicht gut darin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, komm. Er überlegt tatsächlich, ey. Boah, er hat uns nicht geholfen. Boah, er hat uns nicht geholfen. Er hat nen Helm auf. Boah! Und den Helm mitnehmen? Ist ja praktisch. Und den Helm mitnehmen? Ist ja praktisch. Und den Helm mitnehmen? Ist ja praktisch. Und ich habe die Stücke in einem Drawer. Und ich sie auf meine Walkie. Hey, sweet pea. Das ist nett. Ich finde dich in einem Moment. Looks like wir got the kid on watch again. What'd you get? Wir müssen wir mal ein Anweis auf dem Motto sagen, die Männer gehen und schrauben unsere Frauen und Kinder. Ha. Was übrig war... Oh! Was? Nein! Entschuldigung. Ich wollte dich gar nicht anklicken. Ich würde die Sachen nicht für mich behalten. Ich würde dich, nachdem du mit meinem Vater gemacht hast, ist so appealing. Warum würde ich nicht? Ich weiß, dass ich was es braucht, um alle sicherzustellen. Wir sind schon sicherzustellen. Schauen Sie die Wand, Lilly. Das ist nicht grafitti. Das sind die Schmerzen. Und wir haben genug Aero-Shafts aus dem, um die Dreiher-Landrie zu verbrechen. Und das ist alles, außer dem Fakt, dass Macon ist busting auf die Schmerzen mit Walkers. Wir machen was für die Kinder. Das macht das Sinn? Es ist ein Suizid, da draußen. Wir werden hier sterben. Du bist richtig. Du kannst jemanden schlafen und tönen uns zu uns. Also, du zwei sind, äh, haben eine Begründung? Cool, Doug. Nicht fassen die Leute. Ich bin sorry. Somebody braucht eine Entscheidung für die Gruppe, doch. Und ich glaube, dass du nicht mehr wundernst. Wir sind stärker zusammen. Ich weiß, dass ich sie auf ihre Seite ist, aber da sind keine Seite, verdammt. Was für die Zitze? Was für die Schutz? Was für die Verlust? Was für wenn dieses Ort fallen? Somebody's gotta be thinking about this shit. How is this not been working? We have everything we need. Because of me, Lily. No. Because Lee knows how to take care of people. Not just things. We got plenty of food from that station wagon. We can't just keep our fingers crossed for more station wagons. Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. All I want is a week of peace. Of not hearing it. Do you know how we got these supplies? Your pal and I got lucky and let a girl get eaten out there. What? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. You just let her suffer like what? Like bait? Oh God. What is happening? You weren't out there. There was no saving her. Don't take that tone with him. It's the first smart thing he's done in a while. She was dead anyway. It ain't the most sense in the moment. Lee's right. We've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. We all appreciate it, Ken. Look. Macon and its people aren't saveable. It's not a town. It's full of walkers. And the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth. And it's coming. This way. It's not going to be easier out on the road. How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right. Stealing. And I know the list of people I can trust here gets smaller every day. Now everybody get out. So, you know, Kenny, she has right. She will already go away. Happy Kenny. My family is alive and that RV is running. You're goddamn right I am. Everyone is under great stress. All I know is whenever this shit happens, I'm the fucking bad guy. I'd like a thank you for once. For once. For once. Hmm. This is blood. Rough day, I guess. Yeah, but I've just been calling them days lately. I don't know what it is, but it's probably worth talking to Lily about things going missing. Ever since her dad died, she's been a live wire. And now, if she's paranoid, that's a bad mix. I'll take it first. It looks like Kenny actually has that thing running. I don't believe it when I see it. It looks like Kenny actually has that thing running. Was ist mit dem hier? Hey Doug. Hiya. Was hältst du von Lily? Hier fühlst du dich sicher? Hm. Faith has always been a bit of an elusive thing for me. I mean at the motel, as opposed to finding somewhere new. I think if we can get whoever is out there to leave us alone, this is a good place to be. And you know, they sort of stopped attacking. Maybe they forgot about us. Was machst du? What are you working on? I'm just trying to focus on the wall. Anything I'd like to contribute needs batteries or tools I just don't have. I'm tearing down this furniture to patch up the wall. If we go on like this we'll have half the Traveller piled up out here before we know it. The wall's important. I guess. I feel worthless on watch because I'm not wild about guns and I just wish I was more helpful. Fragen wir ihn noch, was er von Lily hält, ja. What do you think about Lily? Doug. I don't know. I guess I'm sad. Nobody deserves to lose their parent like that. You don't think that would make her delusional, do you? I think it could make you anything. Nothing good. I'll catch you later, Doug. Mhm. Süße Zeichnungen. Kann ich hier rein? Ja, gut. Mit wem können wir noch sprechen? Was können wir machen? Soll ich mit dem Pärchen noch reden? Hallo, laufen Sie bitte in diese Richtung oder lassen Sie es komplett bleiben. Achso, da kann ich auch hin. Entschuldigung. Ach, da oben ist noch jemand. Hallo, na. Hey, Ben. Hey, Ben. What's up, Lee? Hmmmm. Ha ha ha. Did you ever come down here to Macon much? I didn't have much reason to. My parents would let me take the car into this city on the weekend. But what's in Macon? It's kind of a waste of time compared to Atlanta. I grew up in Macon. Oh. I didn't mean to say it's crappy or anything. Findest du, dass du dienlich wirst? Ist das ne Drogen? Ist dir was für den Wachen aufgefallen? Seidst du von Lily? Was denkst du von Lily? Sie schützt mich aus. Das ist eine rechtliche Sache, um zu fühlen. Ich bin nur überrascht, dass sie schnappen wird. Talk to you later, Ben. Bye. Cool, ich muss noch mit den beiden wahrscheinlich, oder? Kann ich da hinten noch hin? Wir sind so im Streit irgendwie. Oder ich geh da rein direkt. Ah, hier. Hallo. Oh. Ah. Was ist das? Gefällt es dir hier? Ich mag es hier. Ich mag es hier. Ich mag es hier. Willst du gehen? Wo sind wir gehen? Somewhere else. Ich weiß nicht. Vielleicht wenn ich wo weiß. Ja. Das wäre ein guter Ding zu wissen. Was denkst du über Doug? Er ist cool. Cool? Er weiß Dinge. Du denkst nicht, dass er schlafen sieht? Wie schlafen? Ja. Jeder ist. Du? Ich bin okay. Ich spreche dir später, Clem. Okay. Okay. Oh. Ich könnte da rein. Aber ich kann doch noch mal lieber zu den beiden. Nicht, dass es sonst abgeschlossen ist. Was die Waffen angeht, traut ihr allen hier? Du musst dich bei Lee ins Zeug legen. Traut ihr allen hier? Ja. Du glaubst nicht alle hier? Mehr oder weniger. Ich habe natürlich meine Probleme mit Lilly, aber... Ich bin nicht sie. Ja. Wir können uns nicht mehr auf uns mehr als wir haben. Du musst dich stärker mit Lilly versuchen. Du musst dich stärker mit Lilly. Du musst uns das machen. Ich weiß nicht, wie schnell wir es können, given all das passiert. So, was dann? Zeit wird kommen, wir müssen das beste für unsere Familien machen. Und das ist das, was wir machen. Was die Waffen angeht, was will der sagen? About the guns. Don't you start. I just wanted to say, Cat, it's probably good, they make you uncomfortable. Thank you, Lee. Wow. But we need them. There's no doubt about that. I'll talk to you later. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich alle und dann einmal da rein. Okay. 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 I'm sorry. You don't have to apologize. Did you come in here to give me hell or to coddle me? Oh. Oh. You have to chill out. I know. I'm trying. I'm trying. I'm trying. I just... I feel like a crazy person. Can I do anything for you? Yes. I need help. There's a traitor. Somebody. One of us. Out there. He or she or they have been taking things. That's fine. That's funny. For real? Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Lily. Counts off and it's the good stuff. Antibiotics. Oxy. Fuck. Anything with opium in it. I see the count. And it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. We don't toss out equipment. We fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you're using it when you shouldn't. Okay. I'll poke around a little bit. Thank you. Ich glaube, es ist keiner von hier, sondern in der letzten Folge haben wir ja diese Frau gesehen außerhalb. Uh oh. I'm sorry. Um, I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the greatest detective and I can be Dick Grayson. Your ward. Hahaha. I know who it is. Äh. Ganz selben sag's niemandem. Oh Gott, du bist Robin. Der sowieso nicht auch. Okay, du bist Robin. Yes. What do I do? Die Schnauze halten. I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. I'm on the case. Aber sie sagt, wir schmeißen keine Gerätschaften weg. Aber dann, warum geht sie denn davon aus, dass das einer von der Gruppe ist und vielleicht nicht jemand von außerhalb, der sich reinschleicht. Ich würde sagen, das finden wir alles in der nächsten Folge heraus. Ist der Täter einer dieser Gruppe oder ein Außenstehender Detektiv? News ist auf dem Weg. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben und abonniert diesen Channel gerne, falls ihr noch mehr Videos von meiner Wenigkeit und zum Thema Walking Dead sehen wollt. Denn da gibt's noch einige Teile. Und ja, falls euch das hier generell gefällt, drückt die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Tschüss.